Schwierigkeitsplufe auf Schwer nicht vergessen. True. Ich eh nicht kämpfe. Twaffy. Twaffy. Unser kleiner Twaffy. Ich glaube, dass ich einen besseren Ping als Miami habe. Bei mir lädt ja auch im Hintergrund noch was runter. Den wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten. Ich weiß es nicht. Hör doch einfach zu. Aber ja, kennen wir schon. Genau, wir waren ja schon mal hier. Fuck. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin... Oh Gott, nein, ich bin... Nee, das geht nicht. So, jetzt bin ich wieder der Magier. Okay, okay. Warte, 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 warte. Erstmal klarkamieren. Ich auch schon mal gleich. Ich bin doch gleich da. Ich weiß nicht, was die Frau da drüben macht. Ich stehe hier auf dem Schlauch. Kann ich? Das stimmt. Wir haben hier... Guck mal, da. Wir haben doch da... Hier. Ja, aber ich glaube, wir müssen nach rechts. Nee, das ist ganz neu in diesem Spiel. Wir müssen jetzt mal nach links. Ja, aber jetzt sind wir schon mal hier oben und sind von oben hier im Weg. Ich mache jetzt zum Beispiel einen Hebel. Gut. Ach, der ist das... Der, der uns rüberschmeißen kann. Das war die Stelle hier. Stimmt. Ja, wir müssen nur, dass er uns nicht rüberschmeißen kann. Traffi, stell dich weiter hin. Wo denn? Oh, na, drauf. Ist schon geladen. Katta, kannst du die Kiste wegnehmen? Klar. Ich kann doch Traffi einfach rüberbringen. Na, tschüss, Loser. Möchten sie auch? Das will ich auch. Und du? Ich überlege mir noch was. Wir gehen weiter und der kommt dann hinterher. Warte, warte, ich habe eine... Ich habe eine Idee. Warte, ich kann noch ganz viele... Äh, hallo? Oh, du bist einfach... Das ist nicht so wirklich mein Plan. Wie in dem Luft. Wie in der Luft. Vielleicht kann ich die Luft wegmachen. Nee, ich kann keine Luft abblicken. Nope. Ja, dein... Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie? Aufstellen als Gegengewicht. Äh, ich dachte, hier steht drauf als Gegengewicht. Ja, bin ich da. Die können dich jetzt nicht mehr sehen. Oh, ich habe nicht genug Paletten. Ich habe nicht genug Paletten. Okay. Ähm. Geht, lasst mal los. Geht mal, macht mal weg da oben. Geht mal weg da. Husch mal, weg mit euch da oben. Ja, das stört eh nur. Okay. Gehört. Mach ich nicht. Geh einfach vor. Hups. Oh, guck mal. Du hast ein Sammlergedicht gefunden. Kommt zu Pennys Bäckerei für köstliches und Nascherei. Die Kuchen werdet ihr ließen. Die Torten lassen euch zerfließen. Sind die Torten aus Säure? Hörst du das auch? Ähm. Da kommst du? Weiß ich noch nicht. Da wie kommst du? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da mitmachen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da mitmachen möchte. Wir sind Kamikaze. Ich bin tot. What? Wieso war ich da vorne? Ich weiß es auch nicht. Aber können wir bitte uns wiederbeleben, ohne dass das Schwein explodiert? Da, du hast einen Mann, der beschießt dich. Den kannst du töten. Ja, ich gucke erstmal. Ich komme endlich zurück. Oh Gott. Die Karte schreien. Geronimo! Ach so, wir müssen dahinter. Sehr gut, da kommt noch einer. Vorsichtig. Ein Sperrwerfer. Sehr gut auch. Achtung, noch einer. Jeehu. Das ist hier Solo-Play heute. Die kriegst du da. Komm mal da runter. Oh Gott, die explodieren. Pass. Ja, pass auf, dahinter sind Explosionsfächer. Fällfässer. Jawohl. Jetzt würdest du dein Feuerschwert ausmachen dafür. Nee, nee, nee. Ich will ja. Zack. Oh, schlau. Tschüssi. Bye, bye. Adios. Hallo. Geht doch. Musst du nur irgendwie da hochkommen, weil da oben ist die, äh, oben rechts, um links natürlich, ist die Respawn-Punkt für uns. Fast. Oh. Keine Arme, keine Kiekse. Warte einfach ganz kurz auf dem da. Genau. Wie das zum ersten Mal machen würde. Oh. Oh, hier oben sind wir mehr. Uh, hübsch. Oh, ein großer. Hier ist ein ganz großer. Äh. Traffi, mach mal ne Bubbel an. Jawoll. Guter Traffi. Guter Traffi. Man muss auch mal loben können. Da sind übrigens noch ganz viele Sachen zum Kaputtmachen da hinten. Auf der rechten Seite. Jawoll. Ja? Noch was drauf ist. Okay. Das war nicht, 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 nicht. Warum nicht? Was ist doch alles? Oh, da unten lautet der Tod. Ja, aber da ist auch, äh, Zeug, das bestimmt was, was Traffi holen kann. Äh, ja. Wie ist dein Traffi-Freund? Guck mal, ich hätt... Du kannst dich fallen lassen. Rettung ist da. Ach, jetzt kann ich euch zugucken. Das ist schön. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich da ist. Oh, komm mal. Okay, ich bin tot, dann ist das weg. Ha. Vielleicht hätten wir mit dem Wasser, was auf der linken Seite ist, das Feuer löschen müssen. Das ist ja unlogisch. Wieso war da Wasser links? Weil da Wasser war links. Ups. Zu kurz gehüpft. Schön. Mit dem hier, meinte ich. Hätte ich gemeint. Ach so, ja, guck mal. Warte mal, lass dich mal hier hoch. Ach, der muss runter. Der Traffi hat hier wieder alles vollgestellt. Ja, und was ändert das, wenn das jetzt runterkommt? Hier, hier, guck dir da, da das Wasser kommt. Ja, ich meine jetzt mal Emi, äh, Traffi. Alles doch gut. Ist doch, haben wir doch gewonnen. Reicht das schon? Reicht. Ist recht noch. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen Feuer tut gut. Ja, ist klar. Oh. Hier ist der. Oh. Guck mal her. Fallen. Unten sind wir auf jeden Fall noch... Tschüss. Ja? Äh. Was war unten? Da kannst du rein, Traffi. So, und da hast du noch was kaputtmachbares. Was kaputtmachbares? Hm. Ich muss mal auf die andere Seite. Ich suche mir schon mal eine Rettung für Maemi. Nein. Oder brauchst du meine Hilfe da drüben? Nee, von Teilen. Nee. Aber wie kommen wir da unten an die Erfahrung? Was ist mit der Erfahrung da unten? Ich muss hier gerade... Ich muss hier... Feuer... Ich muss hier Grisou spielen. Ich will Feuerwehrmann werden. Was brennt noch? Grisou war auch nicht der beste Feuerwehrmann. Möchte ich mal gar... Oh Gott. Hä? Oh, hier brauche ich vielleicht Maemis Donnerschlag. Hä? Bin ich da. Wo bist du denn? Was denn das Problem? Hier da unten. Na gucke doch mal. Pass mal auf, was Katja jetzt kann. Der kann das anheben da in der Mitte, oder? Ich kann was viel besser aus. Komm mal her. Äh, achso. Warte. Ja. Ich habe was viel besseres. Warte. Ja, das dachte ich mir auch schon. Aber ich glaube, da ist eine Band. Guck mal. Geht doch alles. Abmarsch. So. Warte, was ist das hier gerade? Was, was, was? Das ist magnetisierbar. Das ist mal ein Metall, deswegen kann ich das hier dran kleben. Ist das so gewollt, wie wir das gemacht haben? Das wäre da drüben auch geklappt. Taffi, warte mal, ich brauche hier unten nochmal deine mentalische Unterstützung. Und zwar da oben ist nämlich noch Kram in dem Feuer. Siehst du das? Wie, du hast gelernt. Das Metall ist magnetisch. Ich bin begeistert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht. Womber. Was macht denn der Mann da? Können wir den mal ganz kurz töten? Er hat eine Wombe geworfen. Ja, können wir den zuerst töten? Der ist gefährlich. Hallo Speer. Ja, der ist doch schon tot hier, oder? Ne, jetzt ist er tot. Solange ich ihn noch halten kann, ist er noch nicht tot. Ich kann euer Leben da halten. Keine Leichen. Da oben ist noch Spaß. Schatzi. Ne, das ist noch mehr. Das ist noch mehr. Warum? Ja, weil du es einfach übersehen hast. Ich habe das nicht übersehen. Ich sehe doch nicht sowas. Oh, da oben ist noch mehr. Nein, da oben ist mehr. Das ist immer ein Tummel. Taffi? Schade. Hallo. Wie komme ich jetzt hier runter? Jetzt hoch, bitte. Hoch. Nein. Ah, wir kommen doch hoch. Gut. Ab alles. Ich habe zu viel Spaß in diesem Spiel. Oh mein Gott. Das ist ab Wasser. Das sagen wir jetzt einfach mal nicht lauter, dann geht das schon. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ihr sagt nur, oh, ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ja, war gerade nicht schlimm. Hier ist nach Margret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen. Oh, hier muss man schnell sein. Oh, das geht nicht. Da kommst du nicht durch. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Aber hier kann man bestimmt das Wasser ablassen. Jetzt kann man hoch. Winnst du? Leuchtenpilz. Hier drüben kann man was kaputt machen. Hier muss ein Feuerfall drauf. Ja, wir sind unter Wasser. Ja. Ja, geht weiter. Oh, habe ich das perfekt gelöst. Äh, au. Ihr schnappt ja schon. Au, ich bin tot. Hab's nicht bis zum Ende geschafft. Au. So stehe ich jetzt hier schon wieder rum. Du musst mich ja auch helfen. Ich glaube, du musst wirklich das Wasser lassen. Du musst Wasser lassen? Hier ist so ein... Komm mal her. Komm mal her, Traffi. Schieß mal gerade nach unten. Mit einem Explosionspfeil. Äh, die gehen aus. Und der Wasser. Hab dich nicht so, schieß. Nö. Ah. Traffi, nix kannst du. Wir müssen das Wasser hier ablassen. Ja, ja, ja. Komm mal später zurück. Ne, guck mal da oben. Um links ist noch Wasser. Aber kann ich drauf bauen. Ah, okay. Komm her. Oder Traffi macht das. Aber ich geh trotzdem hin. Und war das alles? Ja. Wollt man sich hier auch rein? Ich weiß das nicht so. Mach die geh einfach. Geh mal. Ey, hier geht's eindeutig weiter. Hier ist der Streiter. Aber ich war nicht am Ende angekommen. Warte mal, geh mal weg da. Ah, madame. So. Nee, hier ist nix mehr. Recht nicht? Okay, weiter. Hier sind wieder so magnetisierende Magnetsachen. Du bist magnetisierende Magnetsache. Ach, die Schande. Ah, Stuhl. Okay, ich hab's schon. Nee, hab ich nicht mehr. Ah, ich hab's ja beide. So, da kannst du wahrscheinlich ne Planke runterkippen, äh, runterklappen, runtermachen, dass das nicht mehr runterklappt. Oh. Runterklemmen, dass das nicht mehr runterklappt, so. Ja, hier oben geht's weiter. Da bräuchte ich einen Magier. Der Magier ist gerade ausgelastet. Kommst du nicht hoch. Oh. Magier ist da. Oh. Warum klappt das nicht? Ich weiß das auch nicht. Ich hab mich schon ein bisschen gefreut und hab extra das da gelassen, deswegen. Weil ich mir dachte, wird schon klappen, wird schon lustig. Oh Gott, warum komm ich hier hin? Was ist das? Lustig, lustig. Ihr macht das schon. Nee, hier links ist noch was. Hallo, stopp. Okay, ich hab schon. Wenn nicht. Einfach stoppen. Oh, 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 oh. Was macht ihr da drüben? Da kommt Fässer. Ich bin auf das Schwein gesprungen. Das war nicht ganz so schlau. Rechts ist ein Wiederbelebungspunkt. Oh, Chef. Traffi, rechts, ganz rechts. Renn, spring, flieg. Wie ein Vogel. Wo ist denn rechts? Rechts. Ja, da, da. Weiter rechts. Da. Meine Güte, Traffi. Halt mal mit Profis. Ach, der Mann da. Kann man sich fest... Da ist noch was. Hallo? Was ist mit eurem Erkundungsforschungsberat? Na, du hast doch gemacht. So brauchen wir doch nicht, oder? Andere ist spannend. Aber ich glaube, überhaupt nicht. Keine Frage. Also, der hebe hier unten noch die rechte Plattform hoch. Ich war Axt einfach mal. Nein! Traffi, möchten Sie ganz kurz mal fliegen? Dankeschön. Und betätigt jemand den Hebel? Geht nicht. Ach, den Hebel. Oh. Hä? Jetzt fliegt das noch durch. Traffi, mach doch mal eine Scheiße da weg hier. So. Oh. Habe ich noch einen? Wie viel... Warte mal, ganz kurz. Wie viel... Wie viel... Wie viel... Wie kann ich da? Ich habe eigentlich vier. Warte mal. Okay. Vorsichtig, Kaninchen. War das bestimmt nicht gedacht, aber schön gemacht. Hey, dieses Spiel lebt davon, dass man ein bisschen rumspielt. Ich bin gerade nur zu blöd zum Springen. Wie viel... Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Bis zum nächsten Mal.